Was verursacht Bettnässen bei Mädchen? Bettnässen bei Mädchen kann durch eine Reihe von Faktoren verursacht werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem hormonelle Ungleichgewichte, eine untergroße Blase, Genetik, tiefer Schlaf, Stress und körperliche Anomalien. Die meisten Ärzte glauben, dass Bettnässen bei Mädchen weniger verbreitet sind als Bettnässen bei Jungen. Das nächtliche Bettnässen, das früher als nächtliche Enoresis bekannt war, ist ein recht häufiges Problem bei Kindern und tritt in der Regel in Familien auf. Die normale Bettnässung sollte nach dem 5. Lebensjahr aufhören. Wenn das Problem nach dem 6. Lebensjahr weiterhin besteht, können sich die Eltern an einen Arzt wenden, um nach gesundheitlichen Problemen bei ihrem Kind zu suchen und um Rat zur Behandlung zu holen. Der Arzt führt möglicherweise Tests durch, um eine Harnwegsinfektion und Diabetes festzustellen. Jedes dieser gesundheitlichen Probleme kann bei Mädchen zu einer regelmäßigen Benetzung des Bettes führen und unfreiwilliges Wasserlassen nach der Behandlung enden. Einige Mädchen erleben nächtliche Bettnässen aufgrund eines nicht richtig entwickelten Harnleiters, dem Schlauch, durch den der Urin von der Niere zur Blase geleitet wird. Eine andere Ursache könnte eine Unterproduktion des Hormons sein, das die von den Nieren gebildete Urinmenge verringert. Anomalien des Rückenmarks können auch zu Bettnässen bei Mädchen führen. In Ermangelung einer körperlichen Anomalie oder eines anderen Gesundheitsproblems kann das Bettbenetzungsproblem durch Stress oder Tiefschlaf verursacht werden. Stress geht oft mit Veränderungen der Essgewohnheiten und Schlafentzug einer. Wenn ein Kind im tiefen Schlaf ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass es den Drang verspürt, die Blase zu leeren. Eltern sollten nicht davon ausgehen, dass ihre Tochter das Bett absichtlich benetzt. Sie sollten auch nicht davon ausgehen, dass sie sich nachts nicht bemüht, aus dem Bett zu steigen. Erwachsene sollten auch darauf achten, dass Bettnässen bei Mädchen in einem jüngeren Alter emotional traumatischer ist als bei Jungen. Viele Kinder überwinden die Bettbenetzung einfach, aber manche brauchen entweder Verhaltens- oder medizinische Behandlung, um das Problem einzudämmen. Die Verhaltensbehandlung kann die Einschränkung der Getränkezufuhr während des Abends umfassen, die Blase durch längeres Halten des Urins während des Tages trainieren oder ein Alarmsystem verwenden, das das Kind weckt, wenn es nachts das Bett benetzt. Die medizinische Behandlung kann Arzneimittel umfassen, die entweder die von der Niere produzierte Urinmenge verringern oder die Kapazität der Blase erhöhen. Bettnässen während der Nacht führen bei Mädchen häufiger zu Harnwegsinfektionen als bei Jungen, da das Schlafen in feuchter Umgebung die weibliche Anatomie schädlicher macht. Solche Infektionen können die Bettbenetzung beim Mädchen verschlimmern. Eltern sollten daher in der Nacht nach einem Kind suchen, um sicherzustellen, dass sie das Bett nicht benetzt hat. Wenn sie das Bett angefeuchtet hat, sollten sie sicherstellen, dass die Bettwäsche des Mädchens gewechselt wird und dass sie trockene Kleidung anzieht, bevor sie wieder einschlafen kann.